So, man muss manchmal irgendwelche Kapitel abschließen, nein, das hat ja keinen Sinn. Ja, ich sitze hier in der Badewanne. Ich habe noch ein bisschen was zu tun heute im Haus. Ich muss die Böden wieder dampfen, das mache ich ja einmal die Woche. Dann will ich noch Staub wischen. Essen ist von gestern noch da, wir haben Kartoffelpüree, Karotten, also frische Karotten. Als Beilage mache ich ein bisschen Ei. Ja, wir haben kein Fleisch mehr. Beziehungsweise das Fleisch, was wir da haben, wollen wir als Burgerfleisch verwenden. Und ja, Heinzig will mich hier auch nicht allzu lange aufhalten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht das Beste draus, genießt das einfach und ja. Tu mir einen Gefallen. Hängt das nicht an die große Glocke mit dieser Katja. Das nischt ihr Wesen. Nix, gar nichts. Dachui. opedia- Untertitelung des ZDF, 2020